Mensch, dass ich das noch mal erleben darf, dass wir zusammen mal wieder was zocken. Keine Alexa, keine Sau, einfach nur ich. Das weiß ich leider nicht. Und damit herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2. Voll geil, oder? Schieb, schieb, Höhenflug, ist heute angesagt. Das sind so eine Schiebschiebs, die fliegen dann hoch. Hä? Die sind richtig abgehoben. Das ist wirklich so ein Level. Geil. So, na gut, dann hauen wir mal ihn raus. Oh, mit Joschinskis sogar. Jawohl. Okay, Alter. Dann muss ich ja... Ey, sag mal, gehst du jetzt? Ach, okay, tschüss. Ich hab's doch gewusst. Es ist genauso, wie ich es gedacht... Hau ab. Tschüss. Du auch. Nein. Ich will hier einfach nur durch. Danke. Tschüss. Ich setze mir mal nebenbei auch das Ziel, das Fressen dieser Obstfrüchte. Damit hat sich das jetzt natürlich auch erledigt. Ähm... Ja. Also... Ich möchte ganz gerne jetzt hier weitergehen. Wir lassen das jetzt mal unkommentiert. Und... Und... So langsam fühle ich mich hier echt bedrängt von euch. Ja. Ich erzähle heute gar nichts mehr. Wissen Sie? Man darf einfach nichts mehr sagen. Oder auch nichts mehr machen. Weil der Weg ist jetzt wahrscheinlich auch blockiert. Okay, doch nicht. Okay. Und das... Das alles für allen... Ne, warte mal. Da ist eine unsichtbare Mauer, oder? Ne. Hä? Aber warum? Warum ist da nur so ein gekloppter Block? Ich hätte jetzt gedacht, dass sie da jetzt einfach eine unsichtbare Wand gebaut haben. Weil der Block wird da nicht umsonst gestanden haben. Aber okay. Komm, grüne Münzen-Challenge! Komm, grüne Münzen-Challenge! Verkackt. Okay. Nein! Und du bleibst hier! Ne! So leicht kommst du mir... Na! Hier blieben! Kannst du vergessen. Dit kannst du hier vergessen, dat du... Abhaust. Hä? Womit har ich net verdient? So. Hi. Da. Ja, da ist er wieder. Oh. Da müssen wir... Oh! 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 So. Darf ich jetzt auch mal weitermachen, ja? Ey, die springen aber auch echt einen sehr, sehr ungünstigen Takt. Habe ich jetzt Freiheit? Nö. Warum auch? Warum auch? Ja, warum? Ja, warum? Warum? Ich bin jetzt auch mal wieder da, ja? Irgendwie so. Mann. Ey, verpisst euch doch mal. Ich mag das nicht. Oh. 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 Okay. Okay, okay, okay. Äh. 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 Am besten. Ich fass die Plattform erst gar nicht an. Würde ich sein, oder? Ich nehme den jetzt einfach so in den Mund. super haben wir alles da kommt und jetzt kann man das level endlich abschließen also ich dachte schon dachte wir müssen jetzt hier auf den schiebchen springen hey das wäre jetzt natürlich auch hier gewesen ja so ein schöner 200 abjank abfahrt so okay so da haben wir schon mal dieses level abgehakt ich möchte keine tübschüb ich habe hier noch fische heute gesehen ganz ehrlich das reicht mir die springen so ein takte zeichnet das erste sehen warten wir so ich wollte ja eigentlich hier mit dem level hier weitermachen gluck gluck hier alle alexa hat ja gesagt dass die glückser immer riesiger werden ja okay das hat schon so eines aus okay ich mach doch mal komm hier kuppa das war das war kein treffer ne 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 da hole ich einen gerichtsvollzieher der mir das bestätigen kann wofür möchte der herr das ist ein okay danke dann geht hier gleich mal weiter hol mir jetzt los ja gut vielleicht gibt's mir auch klar die dritte Ja, schon ein Checkpoint. Lol. Oh! Oh, da hatte ich aber jetzt den Stache im Hintern. Oh, Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen! Oh, Mann! Ich glaube, das ist besser, wenn wir mit einem großen Tod hier sein werden, müssen, tun, müssen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, nee! Kannst du den... Kannst du die Riesendinger auch um... Okay. Er möchte die Riesendinger nicht umgebracht haben. Ach, du Scheiße. Ja, das haben wir... Das Timing haben wir ja komplett verkackt. Lieber Koopa! Wärst du zu... Jawohl, der spawnt wieder! Okay, dann haben... Ach, der spawnt auch nochmal. Okay. Oh, schöne Dinge. Aber richtig schön abgepasst da mal. Okay. Ja, gut. Aber wir können trotzdem rein. Ha! Geil! Ja, das hindert uns jetzt auch nicht. Sehr schön! Na, das ist doch noch schön, aber... Ein schöner Lauf, meinte ich. Ein schöner, schöner Lauf. Oh. Was ist denn hier? Ach so. Vielleicht für einen Minipilz irgendein kleiner Geheimgang. Aber nö. Nö. Okay. Gut, 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 gut. Hä? Haben wir hier auch noch? Ach so, hier könnte man nochmal hoch. Aber wozu? 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 Nö. Nein, 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 nein. Ich habe einen vergessen. Aber ist egal! Ist egal! Und durch da! Jawohl! Na! Sehr schön! Vor allem mal uns das Secret Level noch angucken. Hey, wir sind gerade mal bei zwölf Minuten, na? Maximal. Puh! Okay. Ähm. Gut. Keine Schiebschiebs am Start. Sehr schön. Wir schauen uns mal das Secret Level an, am besten. Schon mal. Dann haben wir das auch schon mal. Und zwar, wie heißt der denn? Wachstumsschub. Wenn man so viele Forchzwerge gegessen hat, dann hat man natürlich einen Wachstumsschub. So, ist satt. Gib mir mal einen Pilz. Genau. Dann habe ich auch einen Wachstumsschub. Und dann jumpen wir mal ins Geschehen. Kicken wir mal, was da los ist. Wachstumsschub. Da. Oh, ein Eichelpinz. Ui. Okay. Aber wir dürfen jetzt nicht allzu hoch springen. Weil ich würde gerne auch sehen wollen, was hier gerade am Geschehen ist, ne? Hier wird ja auch gut und gerne mal eine Starcoin versteckt sein. Zum Beispiel da links. Oder ein Eichhörnchen, das mir gerade das Leben schwer gemacht hat. So. Ich habe mir gleich mal instant links gehalten. Weil die Blätter gingen doch relativ zeitig runter. So, jetzt möchte ich gerne wissen, wohin als nächstes? Wo soll ich mich am nächsten hinstellen? Am ersten würde ich ja sein. Hier rechts, oder? Ne. Ich dachte, da wäre jetzt ein Geheimgang. Aber da ist Kühn noch. Die Kompass mit ihren Luftballons, ey. Feiern hier unbedingt eine Geburtstagsparty? Oder was ist da los? Oh. Warte mal. Wir müssen da ernst perfekt springen, damit wir den Goomba treffen. So. Gerade noch so gerettet hier. Warte mal. Ist jetzt drittes Darkoin? Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ich schneide euch den... Stopp-Saal. Saufen. Ich schneide euch gleich dort rein. Manu. Und ich dachte, wir kriegen das alles in einen Rutsch. Und kriegen sogar nur noch einen Mini-Pelz. Okay. Bis gleich. Oh, ich sehe es. Ich sehe es. Ja. Tja. Einmal kurz nicht hingeguckt. Einmal kurz nicht hingeguckt. Ah, ist das ehrlich? Okay. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Level wieder. Ja. So. Drachen-Ai als Gotte. Let's go, der Hase. Der Drachen-Ai. Das klingt schon sehr interessant. Oh. Mit Treibsand hier unten im Ozean. Und goldene Sheep-Sheeps. Sehr, sehr interessante Sache hier. Oh. Du, du hast das nicht gemeint. Och, du Scheiß. Uiuiui. Kann ich dich hier... Kann den Vorrang hier jetzt... Ja. Damit, dass ich schneller drehe. Ach, du je. Der verfolgt mich ja, der Junge. Oh, 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 oh. Komm mal runter hier, mein Freund, ja? Oh. Ne. 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 Kleiner Wicht, du bleibst hier. So. Kann man den eigentlich auch töten? Ich weiß es nicht. Also, ich will es jetzt nicht drauf auf provozieren. Will ich den ja nicht provozieren. Äh, ich gesagt. Aber als Haustür wäre da vielleicht nicht schlecht. Du bist mir bis zum nah an meinen Hintern, Junge. Ha, hau ab. Ja, siehst du, jetzt habe ich schon die Kamerschelle bekommen von seinem Schwanz. Okay. Ähm. Nein. Nein. Ja, der kam aber auch sehr ungünstig, Mann. Aber anscheinend. Aber anscheinend geht das Level nicht allzu lang, wenn wir schon zwei Star Coins haben. Oh. Ne. 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 Geh mal weg da. Mach mal Platz da mit deinem Mazda. Wollen wir uns hier die Red Coins snacken? Naja, wäre vielleicht zum Vorteil, soja. Kriegen wir eine Feierblume? Okay. Nehme ich gerne an, das Geschenk. Ich möchte gerne da in diese rote Röhre, die wir gerade gesehen haben. Ben. Oh, ey, Junge. Der zielt aber auf mich ab, Junge. Oh, da kommen gleich zwei. Ja, da kommen gleich zwei. Das sah schon so auffällig aus. So, Juti. Dann können wir schnell schwimmen. Aber nicht so schnell. Meinen Pilzkopf müsste ich ganz gerne noch behalten. Alter, wie viel Schiebschiebs platziert ihr? Ihr? Oh, nein. Geh schnell weg. Alter. Ey, ihr wollt mir doch alle verarscht, Mann. So. Geh da in die Flagerin. Oh, schon wieder, du Schnapser, ey. Mann. Saufen wir heute, Schövelin. Was hast du da? Die ist mein Angebot, mein Freund. Mein pilzköpfiger Freund. Schwier. Verpiss dich doch mal mit deinem Stern, ey. Brauchen wir mal, wer ja was tutet. Mann, 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 Mann. Hier, ich tausche den Stern aus mit einem Stern. Was hältst du denn davon? So, gehen wir mal in den Toothaus. Oder ins Pilzhaus. Pilzhaus. Oder gibt's ne Feuerblume. Okay. So, ich hab mal schon mal das. Das sind zwei. Und du bist hoffentlich ein Toad. Ja, oder zumindest einer. Ja. Den tauschen wir gerne mal ein. Ging ein Pilz. Ging ein Pilz, Pilz, Pilz. Naja, nicht den. Vielleicht kriegen wir da was neuer Backen mit dem Mini-Pilz. Vielleicht. Aber auf jeden Fall. Zum Ende des Parts. Und Abschluss dieser Welt. Larrys Torpedo-Festung. Huh. Da geht's gleich richtig zur Sache. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, genau. Man kriegt ja gleich ihn aus dem Maul. Wir sind vorsichtig hier bei den Flammenwerfern. Die können uns richtig schön zu Champignons verwandeln. Ne? We are the Champignons. Und jetzt müssen wir erst mal gucken, wie ich da... Da würde ich ganz gerne einen Wandsprung schnell machen. Und dann erst mal hier uns ausruhen. Und dann möchte ich hier ja einen Pilz draus machen. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Ach, da hätte ich auch... Ach so. Das habe ich gar nicht gesehen da oben, dass man da auch raufspringen können. Und dann wären wir da auch rausgekommen. Naja, egal. So. Und da sind die Torpedos. Oh. Okay. Dann schießt mich mal ab. Komm. Gib's mir. Yes, baby. Yes. Komm noch mehr. Jawoll. Jawoll. Ne, ne, ne. Aber jetzt hier nicht so. Ey. So. Dann haben wir hier schon mal einen Checkpoint. Und ich möchte jetzt gerne mal eine Blume haben. Gerne. Danke. So, 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 so. Oh. Ah. Dass die Leute aber auch immer zum ungünstigen Zeitpunkten erscheinen, ja. Aber jetzt muss ich aber hier... Das Jebel. Ich hab sonst ein Torpedo im Hintern. Mann. Da schwimmen wir am besten gleich in eine gegengesetzte Richtung. Mit den Torpedos mit. Gehen da in die Röhre. rein. Und da wird schon eine nächste Starcoin sein. Ne. Das sind einfach nur Münzen. Einfach nur Münzen. Hätte aber auch eine Starcoin sein. Wo ich aber auch sagen würde, ähm... Das sind dann aber auch relativ schnell dann kommen, ne. Also finde ich es eigentlich okay, dass sie das da so hinter platziert haben. So, und da haben wir schon mal die Eisblume wieder. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Das macht mir das Leben einfacher. Okay, okay. Okay, okay. Mit der Eisblume können wir die ein bisschen stoppen. Aber nur vorübergehend. Aber nur vorübergehend. Und irgendwie habe ich gerade doch das Gefühl, dass wir eine Starcoin vergessen haben. Aber hier ist ja auch noch mal eine Jump-in-One-Passage. Aber wobei, es geht eigentlich. Wenn man ein bisschen Timing hat, dann jeder. Dann jeder. Mir fehlt ein Starcoin, mein Herr. Nee. Also, nee, 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 nee. Also hier ist irgendwas voll. Und ich könnte mir auch glatt denken, wo das sein könnte. Ja, da die Münze zeigt. Das andere Seite kann ich ja sehen. Hier oben. Ja. Sehr schön. Das war mir dann doch schon ein bisschen auffällig, dass denn hier überhaupt nichts mehr ist. Gut, dass wir da nochmal geguckt haben. Alles gut. So. So. Ich spreche jetzt hier einfach raus. So. Mit unserem Pilz. Aber warte mal. Hier wird da bestimmten Blocks... Hey. Eine Feierblume. Sehr schön. Gut, 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 gut. Aha. Na, komm mal ran hier, du. Fruchtzwerg. Kriegst gleich aufs Maul. Sehr schön. Das war doch ein ganz genialer Part, fand ich. Sind richtig gut durchgekommen. Klar, mit etlichen Fels, na? Aber was willst du da haben? Das Attachment willst du auch haben, mal? Ja. Ah, scheiße. Jetzt lässt ich mich auch mal jämmerlich treffen. Aber du bist jetzt down. Sehr schön. Find ich gut. Find ich gut. Find ich gut. Haben wir alles nochmal reingequetscht in diesen Part, Junge. Wie geil ist das denn? Ich will auch jetzt ja auch nicht weitermachen. Das reicht mir denn heute. Ne, Quatsch. Aber... Schön. Schön, schön. So. Alle Sterben sind immens mehr gesammelt. Jawollo. Speichern. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen für diesen Part. Zu diesem Part. Was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir denn zur Eiswelt gehen. Wir gehen jetzt hier nicht weiter. Sondern wir machen jetzt bei der Eiswelt weiter. Und dann kreuzen uns die Wege. Und dann machen wir da bei der anderen Seite weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Lasst gerne ein Like da. Followt mir auf Twitch. Ähm. Abonnieren. Glocke aktivieren. So, jetzt reicht's raus jetzt hier. Mensch, ey. Reicht. Tschüss. Tschüss.